Hi Freunde, David Kinsombe hier. Und zwar hatte ich heute einen coolen, echt coolen Tag bei der Tivela. Ein schönes Fotoshooting gehabt mit meinen Kollegen und Freunden. Mehr könnt ihr erfahren, wenn ihr auf die Seite von Tivela geht, abonniert und ein bisschen reinschaut, was wir heute so getrieben haben und auch vielleicht ein bisschen was für die Zukunft mitnehmen könnt.